Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind Funke Scream Rocket 2 3-Stage dran. Sind sechs Raketen mit drei Stufen. Silberkreisaufstieg mit lauten Titanblitzknall, so wie es draufsteht. Die Packung kostet um die 8 Euro, 8 bis 10 Euro. Sind sechs Knallraketen drin mit dreifach Aufstieg von den Heulern. Wie gesagt, F2. Wir haben eine NIM von 57 Gramm. Ja, genau. 57 Gramm. Herstellungsjahr steht jetzt, glaube ich, gar nicht drauf. Nicht, dass ich wüsste, aber, naja, das ist ja auch erstmal nebensächlich. Da wollte ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und schauen uns an, wie die so performen und dann sehen wir es gleich draußen zur Zündung. So, Freunde, wir machen jetzt die Scream Rockets 3-Stage. Der macht zwei. Also, sind ja nicht gut. So, die letzten zwei. Der ist noch ein bisschen nah dran, Leute. Okay, jetzt die letzte. Nicht schlecht. Also, Freunde, zündet sie, wo ihr noch Platz ist. Ansonsten, Empfehlung. So, die letzte. So, die letzte. Die letzte. Blackboard!